Musik Hallo, hallo, ich bin's, das Baron Sonic Fan. Ja, so sehe ich aus, das bin ich, jetzt habt ihr's mal gesehen, wie schön. Heute kommt's endlich zum versprochenen Letztest-Video von Saints Row 4. Ich hab's mir schon auf Leihbasis besorgt, weil Amazon ein bisschen hinterherhängt. Die haben mir noch nicht mal mitgeteilt, dass das Ding versandt wurde, also gehe ich mal davon aus, dass es morgen immer noch nicht da ist. Deswegen habe ich's mir heute mal auf Leihbasis besorgt. So kann ich einen Tag vorher schon mal damit anfangen zu zocken und ihr könnt auch ein bisschen früher einen Eindruck davon bekommen. Ähm, ja. Das Spiel basiert ja eigentlich auf einem DLC, so war's ja mal ursprünglich geplant. Jetzt hat, ähm, der Deep Silver, das ist jetzt, glaub ich, die das machen, äh, THQ ist ja pleite gegangen und somit hat Deep Silver das übernommen. Und die haben mir daraus ein ganzes Spiel gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus letztendlich geworden ist und, ja, ich würd sagen, wir schauen mal rein. So, hier sind wir drin im Startmenü. Da sieht man im Hintergrund auch schon das Riesenraumschiff. Ja, es geht, man konnte ja im Vorfeld schon viel darüber lesen. Ein bisschen hab ich's getan. Ähm, soviel ich weiß, ist ja darum, dass man jetzt eben Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und, ähm, eben, äh, Aliens eben bekämpfen muss. Aber mehr will ich noch gar nicht sagen. Legen wir einfach mal los. Kampagne natürlich. Neues Spiel. Äh, da ich jetzt einfach nur mal reinschnuppern will. Äh, find ich schon sehr schön, was da unten steht. Ah, Stritte verteilst du am liebsten gemächlich. Also, weil hier die Gefällt, die Art und Weise, in der das Spiel eigentlich gespielt werden soll. Und du genießt die Gefahr. Ja, da es jetzt einfach nur zum reinschnuppern ist und ich nicht großartig hier mich abkämpfen will, nehm ich jetzt einfach mal einfach. Das reicht auch, glaub ich, ähm, Helligkeit noch ein bisschen. Ich muss mal hier auf meinem Aufnahmenbildschirm gucken. Ja, das reicht, glaub ich, so. Weil ich seh sowieso alles. So, aber ich glaub, jetzt geht's dann los mit dem Intro. Deswegen bin ich dann gleich mal ruhig. Das ist ja so. So, sag ich, wie ich dann. Das ist ja so. Das ist ja so. Ich sag, wie ich willkommen. Wir wollen uns nach der St. Reise. Du bist ja so. Schiss, das ist ja so. Die Stöhne waren verraten. Die Stöhne waren die Stöhne sociopathischen Maschinen hell-benten auf Destruction, oder Puckish-Rogues, lebten ein Leben von mirth und whimsy. Die Stöhne brauchten die Klärität des Purpose, und so war der Kurs gesetzt. Mehr Spaß, weniger Merse-Killing. Diese einfache Wahl revitalisiert die Stöhne, transformiert sie aus einer Degenerative Street-Gang in die liebe Pop-Culture-Icons. Aber dann waren die Stöhne nicht satisfeiert, für es ist eine Sache zu sein, es ist eine Sache zu sein, es ist eine Sache zu sein. Und das ist, meine Freunde, ist wo unsere Reise beginnt. Boss, you sure this isn't a set-up? Did he catch that, Boss? Mike is dead? Are you fucking kidding me? I'm sorry, I forgot to check the battery, because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a set-up? It's not a set-up. The intel is good. You trust this lady? Ash is one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tight with the KGB. I feel a lot better. Look, Burton and I worked with her, too. She's fine. Oh, yeah! I'm sure she's great at putting someone in her fucking body bag. That doesn't mean we should... Showtime! We're three minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a saint's flow shoot? I'm Sean. I'm Sean. Dr. Arshiro Dekar. Follow me. Dr. Arshiro Dekar. Follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy bought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about eight marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. So, das war's jetzt, glaube ich, fürs Intro. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, so wie, so wie unser Charakter da gerade zur Sache gegangen ist, das hatte eher was von, äh, Sam Fisher aus Splinter Cell. Aber, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at, so just... Hold on. Hide, truck on its way. Matt Miller? Wait a minute. Your hammer is... Is that Matt Miller? You can see, Venus. But seriously, Matt... Matt Miller is a brilliant attacker, a venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's passed is passed. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying. Hold that thought, Matt. Guard's ahead. Wollt ihr mich verarschen? Matt Miller, alter, den hasse ich sowas von, alter. Hold position. Let's take him out of the way. Okay, jetzt geht's anscheinend darum, wir müssen eine Anti-Terror-Aktion verhindern, also... Schon sehr interessiert. Jetzt stechen wir den erstmal ab hier. Zack, zack, zack. Jawohl. Ja, super. Die Kehle einmal durch. So, den legen wir um. Es ist leichter primiert und bereit, um zu gehen. Das finde ich gut, dass wir auf jeden Fall hier mal unendlich Munition haben für diese Mission. Äh, was muss ich jetzt machen? Scheint gar nichts. Ich muss nur warten, dass die dann kommt wieder. So. Euch lege ich mal alle rum. Das liebe ich an diesem Spiel. Das Spiel legt keinen sonderlich großen Wert auf Deckungssystem oder auf Realität. Es geht einfach nur darum, äh, die Gegner mit allem zu beballern, was man hat. Und das liebe ich einfach so an diesem Spiel. Du auch noch? Komm her. Scheiß, ich muss nachladen. Stirb, du Sau. Stirb. Also, was mir aufhört an der Grafik, hat sich leider, muss ich sagen, nicht wirklich viel geändert. Das ist immer noch dieser, ja, man könnte fast sagen Comic-Look. Ähm, es sieht immer noch nicht sehr schön aus. Aber im letzten Teil hat das ja dieser großartige Humor weggemacht. Dieser schwarze Humor, sag ich mal. Aber, was mich beim letzten Spiel so ein bisschen gestört hat, war der extrem kurze Story-Modus. Und vor allem auch diese ständigen, äh, wow, Alter, was war das denn? Äh, diese ständigen, na, wie heißt es denn? Nebenaktivitäten als Mission. Das hat ein bisschen gestört beim Story-Fluss. Ich hoffe, dass man das, äh, bei dem Spiel jetzt, äh, geändert hat und mehr Story-basierte Missionen hat. Nicht immer diese ganzen Nebenaufträge. Weil die sind mit der Zeit, mit der Zeit werden die auch wirklich nervig und sind nicht mehr attraktiv. Aber die sollen ja, äh, verbessert worden sein. Lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt hab ich hier schon eine ganze Menge umgelegt. Mach mal die Tür auf hier. So, ist richtig. Ich renne mal ein Stück. Boah, Alter, jetzt wird's aber richtig fies hier. Boah, der hat einen Raketenwerfer, Alter. Schnell wegballern. Stirb doch endlich mal, du Sau, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was können die denn alles wegstecken? Komm, gehen die Fässer. Ah, geht doch. Eine Atomrakete? Alter, what the fuck. Das ist ja wirklich eine Terrororganisation. Ich hab das für einen Scherz gehalten. Ha, wieder ein Fass gesprengt. Ach, das macht Spaß. Cyrus. Nee, doch nicht der Cyrus aus dem dritten Teil. Das würde aber Sinn machen, weil der hat ja geschworen, dass er noch zurückkommen würde und uns, äh, vernichten würde. Der war ja da der Anführer von Stack, dieser Armee-Einheit. Ach, mal gucken. Tür aufbrechen. Schieß, schieß, schieß. Mach ihn kalt. Das hier hat jetzt auch, finde ich, was von Splinter Cell. Mit diesem Zeitlupe-Modus. Also, man scheint sich ein bisschen was abgekupfert zu haben. Oh, du Bastard, Alter. Oh, danke für die Hilfe. Scheiße, scheiße. So. Verfolge Cyrus. Sprinte ich mal. Wo? Da. Und, yeah. Bam. Ho, ho, ho. So. Ist das Tatsache der immer noch? Ja, Tatsache. Es ist tatsächlich der. Ich glaub's nicht, Alter. Boah, du Bastard, Alter. Oh, scheiße. Ganova? Was bist du denn dann, Alter, wenn ich ein Ganova sein soll? Ich rette hier die Welt vor dir. Ah. Du Arschloch. Aber er hat eine andere Synchronstimme, die ich gerade abmerke. Scheiße, Alter. Das hat doch nur eine Knarre, Alter. Springen, du Arsch. Oh, ho, ho, ho. In die Birne. Oh, drinne die Lava. So ist richtig. Oh, scheiße. Nee. Wie hat er denn das noch geschafft, ey? Ich muss hier raus. Äh, links. Was? Ich opfer mich selbst, Alter? Willst du mich verarschen? Boah. Komm, 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 komm. Zieh, zieh. Ja. Jawoll. Äh, ist das Aerosmith? I don't want to miss a thing. Wie geil. Was für, was? Das Spiel nimmt wirklich kein bisschen ernst. Das ist mal wieder so geil. Ist das lustig, dass die jetzt alle schlussend wiedersehen sollen zu mir. Was ist all die Kacke, ey? Das ist echt zum Grollen. Hep. Boah, geil. Boah, Alter, Piers, auf zu flennen, Alter. Ich bin doch der Anführer des Saints. Ich mach das ganz locker. Wow, jetzt ist sogar nett und dankbar. Ich kann dir den noch einschleiten. Zieh das raus. Zieh das raus. Jawoll. Ey, Alter. Ey, das würde ich mal sagen, was ist eine geile erste Mission. Boom. Geil. Haha. Saints Row 4. Was für ein geiles äh, Intro. Hammer geil. Oh. Geil. Ja, wie es sich für ein Präsident gehört. Er muss im Weißen Haus auf dem Präsidentenstuhl sitzen. Genau, gleich bequem machen. Zero Thanks 30. Geschafft. Das war die erste Mission. Geil. Bewunderung freigeschaltet. Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Präsidentschaft freigeschaltet. Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet. Drücke alle Knöpfe, um einen globalen, thermonuklearen Krieg zu beginnen. Pff. Berater freigeschaltet. Stabschef Benjamin King freigeschaltet. Ben... Steht... Steht da Benjamin motherfucking King. Alter, geil. Vizepräsident Keith David freigeschaltet. Bereit für diesen Player. Auf jeden Fall. Und ich habe schon meinen ersten Erfolg freigeschaltet. Aber das interessiert mich herzlich wenig. So, dann würde ich mal schätzen, kommt jetzt der Moment, wo wir unseren Charakter anpassen können. Diesen Punkt werde ich so gut wie es geht überspringen, weil ich nicht jetzt ewig lange mich damit aufhalten will. Der hottest people in the political, der heißeste Bursche in der Politik. Wen wird unser Präsident daten? MVP. Der hat ein bisschen was von dem echten MVP aus der WWE. Wohl, echter MVP ist ja falsch. Der hieß ja nur mit Ringnamen so. Egal. Ähm... Moni-Typ. Ach, ich glaube den ersten, nämlich der sah schon echt cool aus. Es geht mir jetzt einfach nur darum, äh... Einen guten Charakter für den Anfang zu haben. So, hier. Man kann natürlich wieder alles anpassen. Es hat sich nichts geändert. Oh, das muss man natürlich anpassen hier. Wir wollen ja einen dicken Kolben in der Buchse haben. Gesicht. Hat sich nichts geändert. Also ist alles gleich geblieben aus dem ersten. Aber ich will die Stimme anpassen. Denn das, was ich noch erfahren konnte, ist, äh... Neil Patrick Harris, alias Barney Stinson, ist, äh, auch vertreten als Stimme. Ich weiß jetzt nur nicht genau, welche das ist. Nehme einfach die hier. Der Ton bleibt normal. So, dann... So, dann... Halt, hab ich jetzt ne weibliche Stimme? Neh. So. Und los. Rein ins Spiel. Aber das ist auch ein Konzept, was bei Saints Row sehr, sehr schön ist. Man kann den Charakter komplett anpassen. Fünf Jahre später. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist nicht ein Problem. Du alienated part of America. Ich alienated crazy people. Du können nicht resist, können Sie? Jesus, nicht du, too. Das ist ein Problem. Ich versuche zu erklären, aber der Präsident nicht hören. Pobenz ist ein Problem. Apartheid ist ein Problem. Das ist nur ein paar... Hier ist die letzte Probe. Wir haben 20 Punkte. Wir können sie zurückkommen. Die 20 Punkte. Ich versuche das ein bisschen höher als das Anticipated. So, du sagst, du hast ein Problem? Nein, du sagst. Du bist der Kommunikationsdirektor. Fix das. Kannst du mir 100% employment? Nein. Kannst du mir 100% employment? Die Frage war berechtigt. Wo ist bloß der Abwasserwagen, wenn man ihn braucht? Ach, da fällt mir ja noch ein Fakt ein, der zu Saints Row 4 wirklich geil ist. Nämlich, dass es das erste Mal in Deutschland komplett unzensiert ist. Das hat es ja noch nie geschafft, aber ich fand es sehr gut, dass Koch Media gegen die USK in Widerruf gegangen ist. Und das durchgebracht hat. Das fand ich richtig klasse. Jetzt haben wir Deutsche auch nicht mal das Recht, das Unsensier zu genießen. Was will der jetzt von uns? Willst du mich entscheiden, ob ich den Krebs heilen will oder die Hunger ausrottene? Die Wahl muss ich ja schon aus Prinzip Krebs drücken. Lass uns auf den Krebs rücken und es in der Straße schlafen lassen. Gute Wahl. Ich hoffe, Kinsey hat den Reporter-Handeln. So. Musik ist episch. Jetzt, hörst du hier. Wenn du denkst, dass du deine Agenda über den Kongressen krammieren kannst, dann bist du in für eine rühe Erwachsenung. Hörst du mich? Jetzt, lass mir dir ein bisschen was über das größte Wort in der Politik. Billibuster. Was ist denn das für ein Idiot? Bauchgefühl schlimmer als Chili. Kopfentscheidung die 5 auf die 12. Ich würde mal schätzen, Bauchgefühl ist 1 in die Eier geben und Kopfentscheidung 1 auf die Fresse. Ich liebe in die Eier, also Bauchgefühl. Oh! Oh! Jawoll! So einem Idioten gehört einer, die für die Eier zu schlagen. Hahaha! Geil! Oh, das ist Joshua Burke, glaube ich, aus dem ersten Spiel. Ja! Omega und ich sind jetzt über das Camp David zu gehen, um ein paar Nachtschwerte zu sehen. Ja, seid ihr wieder? Äh, auf keinen Fall. Total. Nö. Äh, ihr beiden geht und startet ohne mich. Oh, da ist Oleg. Kennt man auch noch aus dem Dritten. Oh, voll in die Fresse. Geil. Ah, Oleg, der war schon immer irgendwie klasse. Okay. Hey, geil. Das Spiel fängt schon mal richtig klasse an. Das Spiel fängt schon mal an. Oh, das war schon mal. Kenzie, was ist der richtige Kontext für, und ich quote, Ich bin der Patron Saint von Amerika. Wir sollten wahrscheinlich look into changingen die Pledge of Allegiance zu einer Nation unter mir. Das ist eine großartige Frage. Jane. Ich denke, wir haben ein Problem. Oh, na, ihr zwei. Wie viele Mal haben wir... Asha und Miller sind für Sie in der Oval Office. Wenn MI6-Bereich brauchten, sie würden sie auf die Chain, nicht fly across den Ocean. Sie sagen, niemand nach Hause glaubt sie. Jesus, was geht's? Sie denken, wir werden uns über die Aliens attacken. Ich muss gehen. Das ist echt. Du kennst das Kinziekern hat gesagt, die gleiche Sache. Wenn du angefangen hast, Kinziekern? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Hello, humans. Ladies and gentlemen, this is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zinn Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kinziekern, now! Protect the President! I do love your spirit, my dear. I'm Zinniaq. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Okay, jetzt scheint's richtig los zu gehen. Das sind, wie gesagt, die Aliens, die uns angreifen. Die ich bereits auch angesprochen habe. Und das ist ein wenig schmeichelhaftes Volk. So, lasst mich mal los, ihr Penner. Ich weiß, ihr wollt mich nur beschützen, aber ich hab jetzt keinen Bock, da mich beschützen zu lassen. Und ich sagte, wir sollten uns alle fünf Schritte haben. Ist das zu viel, das zu tun? Da bist du. Danke Gott, du bist alles klar. Du bist okay? Wo ist Matt? Upstairs, versuchen, zu finden, was passiert. Was ist passiert? All unsere Waffe, von der Schicht des Hauses. Ich bin mit Matt. Ich bin mit Matt. Ich bin mit ihr in Kontakt. Schau dir an. Oh, schau dir an. Oh, schau dir an. Was ist denn, Keith? Oh, Mann, Alter. Hör doch mal auf, alle meine Leute zu kidnappen, ihr Penner. Hat jemand noch mal versucht, mich zu tun? Wir haben das. Shit, was ist denn, was ist denn los? Hey, lauf doch mal weiter da. Laufen, laufen. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Wo sind diese Penner denn? Noch überall. Rette die Shit, reicht das, rette mich. Geil. Boah, Alter, wo kommen die alle her? Das gibt's doch gar nicht. Du scheiß Ekelviech. Na, sag mal. Sagen sie's meiner Frau, ich hatte noch eine. Geil. Oh, weia. Muss ich aber aufpassen, ich bin gleich tot. Und das so weiter. Ne, jetzt sammelt sich's wieder. Ihr habt den falschen Präsidenten verärgert. Ja, wen sollte man denn verärgern? So, jetzt kann ich mir mal ein bisschen laufen. Oh, da war noch einer. Du Arsch. Komm schon. Ah. Nein. Lade doch nicht jemand nach. So ist gut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Matt, häng mich an! Ach, das gibt's doch nicht. Wen holen die sich denn noch alles? Schneller, schneller, lad, schneller, lad. Wo ist der andere da? Boah. Geil. Oh, jetzt hab ich keine Waffe mehr. Ah, so lädt man nach, okay. Oh, holy shit, Alter. Was ist denn hier los? Oh, mein Gott, Alter. Oh. Alter Schwede, was für ein geiles Geschoss. Jawohl. Ich hab richtig Bock damit zu ballern jetzt. Ich werde ein paar Raumschiffe vom, vom, äh, Himmel holen. Bam, bam, bam. Ha, geil. Was für eine Knarre, ey. Wohl, Knarre kann man das ja gar nicht nennen. Boah, alter, geil. So sind noch mehr. Alles Kanonenfutter. Mein Gott, wie viel sind denn hier? Das ist ja ekelhaft. Du, wie hattest du das? Bam, bam, bam. Alter, was der Präsident der Vereinigten Staaten nicht alles zur Verteidigung hat. Das ist ja der Hammer. Wow. Wow, 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 Alter. Jetzt wird's übel. Ihr habt das Gefühl, ich bin leicht in der Unterzahl. Aber nur leicht, ganz leicht. Komm schon. Es sind nur noch ein paar, dann hab ich's erledigt. Ich hab das auch, ich hab auch das Gefühl, ich hab kein Zielwasser gebrannt. Ich fände mich total blöd an. Mann, Alter. Jawohl. Sehr schön. Das war's wohl. Oder seh ich das falsch? Oh. Komm, es stirbt. What the fuck, Alter? Dafür stirbst du, Alter. Jawohl. Voll in die Luft gejagt. Ja. 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 Oh, jetzt hat unser Sinjek diese Ratte. Na toll. Und so wie der aussieht, würde ich ihm am liebsten Ends in die Fresse hauen. Aber das war ja schon immer so mit den Gegnern. Ich bin gerne an Bord. Um dir eine reinzuhämmern. Jawohl, jawohl. Eins auf die Fresse geben. Oh, scheiße. Oh, na. Nicht so schnell. Alter, der klingt total arrogant, Alter. Volles Arschloch. Hahahaha, da kommt doch. Boom. Was? Boah, scheiße, Alter. Willst du mich veratmen, oder? Ne, oder? Telekinese? Boah, alter Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Scheiße! Oh! Do what exactly? Huh? Bravado me to death? Oh, ho, 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 ho. Ich werde dir Spaß machen, zu verbrechen. Boah, alter, das nenn ich mal ein Auftakt. Aber ich mach noch weiter, also das reicht mir noch nicht als Test. Ich will noch mehr sehen. Meine Auszeichnung freigeschaltet. So was von unwichtig. was ist das denn wie bin ich angezogen wie lauf ich was zum teufel die musik ist jetzt zum kotzen alter überlass es den saints da wollen die mich verarschen oder was was ist das denn für ein scheiß nee ist das schon die da könnte man ja gleich kotzen jetzt steuere ich hier wie ich esse alter ist das eine scheiße boah alter nee da dreht sich ja mir der magen um bei sowas ich denke ich hörte timmy das papier du hast es du hast es du hast es du hast es die du hast es du hast es Aber schön auf den Verkehr achten. Nee, könnt mich mal, Alter. Ich will nicht auf den Verkehr achten. Ich will Gas geben. Alter, was soll denn das? Hör auf mich auszubremsen. Ich will richtig Gas geben. Wir sind seit einem Humor. Warum sieht dieses Ort so... ...weiter Brot? Jetzt, was soll das sagen? Einiges ist einfach... ...off. Das ist alles, äh... Ich kann nicht erwarten, um nach dem Berg dieses Wochenende rauszukommen. Warte, jetzt bin ich hier in den 50er-Jahren? Was soll denn der Scheiß? Nein, was sind wir jetzt? Wir sind fast da. Mein Gott, Alter, gib doch mal Gas. Da ist ja eine Schnecke schneller. Hoppla, Vorsicht. Nee, nicht Vorsicht. Ich will da rüberfahren. Ich will die alle umfahren. Jawohl, endlich mal was weggerahmt. So geht das. Boah, hör auf zu winken, Alter. Ja, bitte auf, wie eine Schwuchtel zu winken, Alter. Ich... ...wird gleich irre. Oh, nee, Alter. Stößte sich ein Zeh. Ich glaub's nicht, Alter. Du bist verdeckt, Fotograf. Betritt das Dünner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist der Präsident. Hi, Howard. Oh. What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Alter, was geht denn hier ab? Du Scheiße. Boah, Alter, nichts wie weg hier. Ich will raus. Ich will hier raus. Who the f*** are you, people? What the f*** is this? Ha, 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 ha. So, jetzt ein paar Leute umfahr. Ja, ich bin in the f*** out here. Dieses Piep immer. Kenzie. Hello? Hello? Kenzie? Kenzie? I hear things now? Finally. Listen to me. No time to explain that you have to break free. Wie denn? Das Ort, in der du da bist, ist nicht real. Alles, was du da machst, musst du stoppen. Aber ich bin nur ein Auto. Okay, gut. Es ist ein Park neben dir. Geh da und geh da. Okay, im Park bin ich. Steck doch mal aus. Na, egal. Oh, nee, Alter, nee, jetzt nicht. Ich bin jetzt hier beschäftigt. Ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken. Jetzt bin ich nicht zu haben hier für irgendwelche Sche... Oh, 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 oh. Es fliegt auch noch so mal heute, ey. Ich glaube, ja, es hackt. Was ist jetzt los? Polizisten töten. Oh, Hilfe! Stirb, ihr. Stirb, ihr scheiß Polizisten. Boom, boom, boom. Ist das dämlich, Alter. Alter, stirbt der auch mal irgendwann? Ja, danke. Boah, Kopfschuss. Wo bist du, du Pennard? Da bist du. Mann, Alter! Schieß doch mal! Danke. Au, der saß. Au, der saß auch. Du musst mehr machen. Besser! Ja, schicken wir was passendes, können Sie. Boah, da schaltet diese Musik ab. Findet den Katzenbauten. Ich lebe dir ein Präsent. Golly, das ist Keen. Das kann keiner besser als ich. Der schießt hier auf mich, Alter. Den brutzel ich weg. Boom. Uh, sehr gut. Was ist los, Kinsey? Boom, Alter. So, viel fehlt nicht mehr. Jawoll. Jawoll. Was will geht denn, ey? Köln Köln Wälder von Lohr das sind das für ein Pfadzgeiler der irgendwie gedobt egal, du stirbst jedenfalls also daneben da sein komm, noch ein Schuss, dann ist er weg ja oh, was ist jetzt oh cool Ich bin mir gefühlt. Woher die hell are you? Fuck me. Ich sollte mich verstehen, dass eine Präzion des Peace nicht ein Sociopath wie dich. Ich bin eher ein Puckish-Rog. A Rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go with those mixed messages again. That allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means nothing. Fighting back is pointless, my friend. There's nowhere to run. You belong to me. Now, on to more pleasant things. I'm going to place you in your new home. Try to run again. And I'll destroy your pitiful planet. DTFL. My friends, each of you are guilty of crimes against the Sin Empire. But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new work release program. DTFL. 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 Woher bin ich denn jetzt? Komm in, Präsident! Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Willst du mir erzählen, wie ich dich höre, seitdem ich kein Telefon habe? Ich habe mich gerade in eine Simulation geflogen und habe meine Sprache durch das Audio-System geflogen. Du solltest mich hören können, von irgendwoher. Und du musst nicht schreien. Genau, denn das ist nicht alles verletzt. Mackenzie, ich bin nicht verletzt. Wie geht's, mich raus? Ich kann das nicht, bis ich zurückträge deinen Signal zurück zu deinem physischen Körper. Bis dann, du bist da drin, also du möchtest gehst. Okay, ähm... Jetzt scheinen wir ja hier uns frei zu bewegen können. Sind wir also in einem virtuellen Steel-Port, wie ich das recht verstanden habe. Der Typ hat uns hier eingesperrt. Ich werde jetzt auch nicht mehr lange hier was machen. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen will ist, ähm... Geht das überhaupt? Ne, anscheinend nicht. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch den, äh... Cheat für Waffen eingeben, weil ich mir die ganzen Waffen mal angucken wollte. Uh, setz dein GPS von der Map in deinem Hub. Hub? Es ist wie ein digitales Informationspad. Du weißt, wie die Mobil-Dividee, die Kinder heute Abend haben. Tide. Ist es Pornos? Nein. Oh, schade. Keine Pornos. Ah, okay. Extras. Cheats. Okay, dann geben wir den mal ein. Denn ich will ordentlich Waffen haben. So, jetzt noch mal ein bisschen Waffen. Täubungspistole. C9 Handkanon. Was ist das denn? Ist ja geil. Xenoblaster. Alien-MP, älter. Was ist das für eine Kacke, älter? Wachmann-Sturmgewehr. Mini-Kanonenarm. Wow! Wow, das nenne ich mal ne Waffe, Alter. Wow, geil. Nein, nicht hinzufügen, ich will die Waffen nochmal wechseln. Äh, schade. Ich muss doch irgendwo die Waffen wechseln können. Na gut, mach jetzt mal weiter. Aber die... Also die ähne Waffe war ja schon hammergeil gerade. Achso, eure Karte brauch ich. Äh, Friendly Fire da. Boah, ist das weit, Alter. Aber dann kann man auch mal gleich das Fahren ein bisschen überprüfen. Aber daran scheint sich auch nichts geändert haben sollte. Ich fahr' ich mal um. Boom, boom, boom. Jawoll, einfach mal auf halber'n Haufen fahren. Okay. 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 Warum hab ich eigentlich immer noch diese beschissenen Klamotten an, ey? Ich muss das mal schauen. Das ist jetzt mit Ziniacs' Crew. Von was ich kann sehen, hat sich viel überprüft. Okay. Da gibt es Allianne-Technologie überall! Haben Sie auf das Kanzi weg? Ein bisschen. Ein bisschen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Wann? Turm von Sinjek, wahrscheinlich, da ist noch einer. Das muss mich jetzt aber, glaube ich, in dem Moment noch nicht wirklich interessieren. Boah, was ist das da? Was ist denn das? Was ist das für eine Kugel? Ja, egal. Aber, ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe, dann verstehe ich schon, warum das Spiel als erstes als Update, äh, besser als DLC geplant war, denn es ist wirklich kaum was anderes. Es ist eigentlich genau wie vorher. Grafisch hat sich gar nichts getan. Es ist einfach nur eine neue Story. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Das ist ein definitiver Minuspunkt. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Also, die Waffenvielfalt ist anscheinend riesig groß wieder. Jetzt können wir anscheinend auch Waffen. Nein, können wir nicht. Okay, passt, keine Waffen. Wieso habe ich keine Waffen verflucht nochmal? Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Dann müssen wir uns nochmal welche herbeischummeln. Ich finde auch sehr schön diesen Effekt, dass das Spiel, äh, wenn man hier so wechselt zwischen den Bildschirmen, mal kurz verzerrt ist. Das finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Egal. Da es anscheinend nicht geht, die Waffen zu überprüfen. Oh, schön mit Upgrades. Was haben wir denn hier so? So Magazingröße, Schaden, Schussrate, Rückstoß, Sprengmund. Wow. Nicht schlecht. Aber die Knarre ist ja schon mal geil. Und ich verprügel ich mal. Wow, geil. Das nenne ich mal eine Kopfschere aus dem Wrestling. Boom, Bulldog. Und ein Stunner, geil. Ja, ich bin doch einkaufen gegangen. Was soll ich denn jetzt immer noch einkaufen, ihr Penner? Kauf eine Waffe, hab ich doch gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kann ich hier den noch anpassen. Wow. Ohoho. Aua. Die Waffe zerfetzt die meisten Gegner jetzt in blutiges Stückchen. Hab ich nicht genug Geld für, schade. Oh, 10.000! Boah, Alter, ein bisschen sehr teuer. So, was haben wir hier? Vergoldet. Oh, nix schwarz. Oh, das ist natürlich auch schön. Alter, das gefällt mir richtig gut, dass man hier die Waffen so anpassen kann. Das hatte mir im ersten Teil, äh, besser im ersten, was heißt im ersten, im dritten Teil noch ein bisschen gefehlt. Da konnte man zwar die Waffen verbessern, aber man konnte sie nicht wirklich anpassen. Ich will eine goldene. Ähm, was verbessern wir denn? Den Schaden verbessern wir mal. So, Alter, ich hoffe, dass das jetzt, äh, klappt hier. Ah, okay, jetzt hat's geklappt. Äh, ich hoffe, dass du etwas nutzlos hast. Wow, was ist das jetzt los, Alter? Was ist das für Polizisten, Alter? Zinyak ist in diesem Ort. Ich glaube, die Konstitution hält hier überhaupt nichts. Na, komm schon. Hau ihm eine. Ja, und wir nehmen die Waffe in die Eier. So geht's auch. Ach, dich nehm ich einfach mal als Schutzschild. Drehen. Beine wegballern. Komm, dich auch noch. Na, komm schon. Stirb, Motherfucker. Hier ist noch einer. Da, 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 da. Komm, mach ihn tot. Jawoll. Was jetzt, Kinsey? Ich bleibe es nur auf der Unternehmung, bis du mich aus diesem Ort holst. Nicht noch. Es gibt eine Zim-Patrol-Kröse, die sich umgekehrt werden muss, bevor es umgekehrt werden muss. Das ist, wenn der Präsident ist, um ein paar mehr Arten zu töten. Ich habe mich nicht mehr zu töten, wenn ich mich umgekehrt habe, wenn ich mich umgekehrt habe. Was kann ich sagen? Ich bin gut auf meinem Weg. Ja, du hast nicht mehr gekehrt. Ja, du hast nicht mehr gekehrt. Ja. Also, entweder haben sie das rausgenommen, den Turbo beim Fahren, oder das gibt's noch. Wird nur erst später freigeschaltet. Mal gucken. So, ich werde jetzt nicht mehr allzu lange, weil ich bin jetzt schon über eine Dreiviertelstunde. Eigentlich so lange wollte ich eigentlich gar nicht. Äh, ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht mehr die Waffen angucken kann, weil das wäre für mich noch so ein entscheidender Punkt gewesen. Ich gucke mir jetzt noch diesen Unruhehertern und dann mache ich, glaube ich, Feierabend. Tja, ihr Wichser, hier bin ich. Ne, nimmst du den? Nein, du sollst nicht einsteigen. Steig da aus, Mann. Warum kann ich denn den nicht nehmen? Oh, Mann. Ich will da nicht einsteigen. Steig doch mal aus, du Idiot. Jetzt hätte ich ihn nehmen können. Verdammte Scheiße. Was soll denn das? Sag mal. Bist du so blöd, oder tust du nur so? Jetzt habe ich ihn. Ja, fahr mich um, du fettes Stück Scheiße, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Bin gleich tot, wie schön. Aber ich schaff's noch. Noch halte ich durch. Oh, hier gibt's auf jeden Fall Energie. Das ist, das ist ganz gut eigentlich, dass es hier Energie gibt. Was will der denn jetzt hier von mir? Verpiss dich mal. Unter diese Illions, Alter, das ist ja ekelhaft. Stirb du, Motherfucker. Und der letzte noch. Jawohl. Jetzt aber vorsichtig. Du kannst mich nicht in ein tolles Hotel oder was. Was ist falsch mit meinem inneren Sanctum? Chill, Frau. Ich meine nichts von dir. Das reicht für hier. Ich würde sagen... Ähm... Wir machen hier Schicht. Und wir sehen uns dann gleich mit meinem Fazit wieder. Okay, dann werde ich euch jetzt mal in meinem Fazit erleuchtern. Also, ich hab mir jetzt vier Punkte zurechtgelegt, die ich bewerten werde jeweils. Das sind Grafik, Steuerung, Spaß und Story. Joa, also ich sag mal so. Für den Anfang war's recht gut. Und es bleibt natürlich abzuwarten, ob das Spiel, ähm, in der Zukunft auch noch mich fesselt. Das war nämlich beim dritten Teil auch so, dass der Anfang recht gut war. Aber dann zum Schluss hat man eben Schwierigkeiten gehabt, sich daran dauerhaft zu fesseln. Ähm... Joa, dann werde ich mal die Punkte durchgehen. Also Grafik, wie hatte ich schon angesprochen, ähm, war nicht so gut. Also hat sich im Vergleich zum ersten Teil nicht wirklich viel geändert. Deswegen bekommt's von mir drei von fünf Punkten. Ähm... Die Steuerung war eigentlich wie immer einfach gehalten. Da hatte sich auch jetzt, wenn ich das richtig gesehen hab, nichts wirklich geändert. Deswegen gebe ich da vier Punkte von fünf. Spaß. Was soll man da noch anderes sagen als fünf Punkte? Denn Saints Row liegt einfach wert auf verrückten Humor. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Auch wenn der Anfang auch ein bisschen ernst war. Aber man hat auch gesehen, der Spaß war im Vordergrund, welch nur darauf denke, wie der so gelaufen ist. Das war ja wirklich sehr, sehr lustig. Und, ähm, zur Story, also... Achso, Spaß, weil ich sag fünf Punkte. Zur Story... Ja, der Anfang ist gut. So ist ein roter Faden erkennbar. Ähm... Deswegen bleibt's abzuwarten. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das zu bewerten. Aber ich würde mal sagen, vier Punkte von fünf. Damit sind wir dann bei einem ganz guten Ergebnis. Ähm... Bleibt natürlich abzuwarten, äh... Äh, was da noch so kommt. Leider... Ein kleiner Minuspunkt, den habe ich schon angesprochen, ist, dass es wirklich... Es tut mir weh, das zu sagen, weil's wirklich schön aussieht, äh... Oder gut aussieht mit dem Spiel, äh... Es ist wirklich nur ein Update. Also, es ist einfach eine neue Story, die eingebaut wurde und dafür hätte man jetzt nicht unbedingt ein neues Spiel machen müssen. Ja, bleibt noch die Frage zu klären, rein in die Konsole oder ab in die Tonne? Ähm, das... Da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil... Für Neueinsteiger, die die Vorspiele nicht gespielt haben, ist es, glaube ich, schwierig, sich da reinzufinden, weil... Die... Man muss halt die Story vorher kennen und wenn man das dann sieht, könnte das dann auch sehen, dass das auch nur ein Update ist. Ähm... Also, für mich ganz eindeutig, rein in die Konsole, keine Frage. Und... Für... Leute, die jetzt auch schon länger an dieser Serie sind, würde ich auch sagen, rein in die Konsole. Aber... Für Neueinsteiger... Möglicherweise auch rein in die Konsole. Also, ich kann ja nun mal nicht in die Köpfe von den Leuten gucken. Aber ich würde einfach mal sagen, das gibt einen Daumen hoch, rein in die Konsole. So, damit beende ich das letzte Testvideo. Ich merke gerade, man fragt nach mir. Deswegen mache ich hier Schicht und wir sehen uns dann wieder bei dem Let's Test Video von GTA 5. Was ja auch jetzt in einem Monat kommt. Da freue ich mich auch schon sehr doll drauf. Ähm... Let's... Boah, nein, jetzt nicht. Ich gehe gleich ran. Verflucht nochmal. Äh... Let's Test Video... Äh, nicht Let's... Let's Plays von Sonic Generations werden in naher Zukunft nicht kommen. Äh, das hat einfach den Grund, dieses Let's Play ist inzwischen für mich nur noch gezwungenermaßen... Habe ich nicht mehr wirklich Bock drauf. Deswegen denke ich momentan drüber nach, ein neues Let's Play anzufangen. Das wäre dann Crash Bandicoot 1. Äh, das nur als kleiner Hinweis für die Zukunft. Vielleicht entscheide ich mich noch anders, aber die Chance ist eher gering. Okay. Das war's von meiner Seite. Jetzt habt ihr mal mein hübsches Gesicht oder meine hässliche Fratze gesehen. Wie auch immer ihr das auslegen wollt. Das bleibt euch überlassen. Ich darf mich verabschieden an dieser Stelle. Ich bin das Baron Sonic Fan. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.